ja leute endlich mal wieder ein video zum donnerstag und ihr wisst was das bedeutet und zwar die steam bior bior sales für die kw 39 endlich ist es mal wieder soweit ich habe endlich mal ein bisschen mehr zeit um das mal wieder für euch zu machen weil wir die besten deals raus zu suchen die ich selber gespielt habe oder wo ich sage geil das könnt ihr euch holen ja lasst mir doch gerne einen daumen und abo da wir sind bei 705 abonnenten wir wollen ja diese noch die 1000 schaffen also kommentieren abonnieren däumchen nach oben überall teilen wo es geht und ja wir starten jetzt mal mit dem video und da geht schon mit den ersten los noch mal vielen dank an den thema der hat mir das zugespielt und zwar gibt es hier ein richtig geiles angebot und zwar wieder produkte kaufen ja bei vier spielen für 5 99 bei fünf spielen 10 99 und für sechs spiele 15 29 aber was ist da drin schauen wir uns jetzt mal an und zwar für 5 99 haben wir elektronauts dabei ein sehr sehr geiles spiel muss ich sagen oder spiel ist es eher nicht es ist eher musikspiel kannst du auch im co-op spielen habe ich und der huschi auch schon mal gespielt ja gut der esel nennt sie mir zuerst und da kannst du richtig schön mit musik jammen ist alles möglich dabei von hip hop drum and bass techno haus was ihr wünscht hat mir sehr sehr gut gefallen habe ich auch länger nicht mehr angehabt wird echt mal wieder zeit ja zweites haben wir noch rot der da muss ich ehrlicherweise gestehen habe ich bis heute nicht gespielt das ist auch schon glaube ich anfang 2016 kam das raus aber ich denke für die leute die es gespielt haben ja schreibt einen kommentare was ihr von dem spiel gehalten habt ja als nächstes battle wake das war immer so kommt man sagen ja die kopie von 4c das hat sich genauso gespielt das war schon ein bisschen suspekt aber ja wenn wir mal im battle weg oder man nimmt für es ist obwohl für es lieber empfehlen wird aber die als erstes da waren und die aus der early access phase raus sind und da auch mehr zu tun gibt und dann haben wir noch sprint vector was natürlich jetzt perfekt für die winterzeit passen worte weil im sommer kann ich euch das spiel nicht empfehlen weil ihr schmelzt ihr schmelzt dahin springt springt das print vector könnt ihr auch mit leuten zusammenspielen haben wir damals auch schon gemacht und zwar ist es so wie mark hat bloß mit laufen wo ihr auch geschenke aufsammeln könnt mit raketen boost und so weiter aber ihr müsst immer so hier die ganze zeit die ganze zeit umso schneller ihr macht umso schneller seid ihr natürlich seid auf rollerblades unterwegs mega geiles ding ja dann wenn ihr 10 99 bezahlt gibt sein creed rise to glory dazu schöne single player kampagne haben wir auch ein kleines event gemacht hat aber nicht so ganz hingehauen ja irgendwie vom server her war das echt beschissen da muss das echt glück haben dass man gewinnt oder nicht nach und als nächstes wenn er voll bezahlt kriegt ja der walking dead onslaught deluxe edition dazu ich habe es damals angespielt es war im gegensatz zu seien des sinners ja nicht so toll muss ich sagen es hat es hat ja natürlich die lizenz das ist das geile aber es ist halt morx umgesetzt meiner meinung nach ich wissen wie es ihr da wie es ihr seht schreibt es mal in die kommentare für mich war es leider morx gewesen es ist geil wenn eine lizenz haben aber wir kennen es ja von super nintendo zeiten oder von nes zeiten wenn da lizenzen rausgebracht wurden von film und spielen die meisten waren wirklich kürze gewesen wie es so war ja und weiter geht es bei steam und zwar wir haben wieder project cast 2 im angebot und kostet euch momentan nur 8 euro 99 anstatt 59 99 satte 85 prozent rabatt gibt es da drauf natürlich die empfehlung deluxe edition zu kaufen gibt es anstatt für 89 99 für 13 49 das ist echt ein schnepperchen und wenn ihr siehst guck mal 43 freunde haben dieses spiel schon also kann ich euch das wirklich nur empfehlen gerade wenn ihr noch ein lenkrad habt hammer mäßig das war so damals meine neben project cars 1 mein erstes rennspiel was ich mit lenkrad und via gespielt habe leute das war mega geil im formel 1 auto oder was ich da gerne gefahren bin im go kart war halt das lenkrad mit dem force feedback das hat ihr bald die hände gebrochen im go kart das war der absolute wahnsinn gewesen also mir gefällt es bis heute es ist nicht so ganz okay die ist ein bisschen simulations lastig aber es macht wirklich gerade du willst das nie wieder im flat spiel wenn du das einmal wie er gespielt hat meiner meinung nach und ja es sieht immer noch super im vr aus und meine empfehlung an euch auf jeden fall als nächstes haben wir sniper elite das ist ja noch gar nicht so alt dass sie im juli erschienen ja gut ist schon wieder september da merkt ihr mal wie die zeit eigentlich rum geht ja sniper elite vr sehr gespaltene meinung insgesamt darüber die ein lieben ist die anderen hassen ist ich fand es eigentlich ganz gut obwohl ich auch die flat variante kenne also da weiß man schon so ein bisschen was man hätte noch umsetzen können dafür ich muss sagen mit der pimex es lief super super flüssig in höchsten einstellungen und mit large fov super geschmeidig und sieht für mich auch richtig gut aus im vr kann ich echt nicht meckern also da merkst du auch das ist halt für die quest auch gemacht deswegen läuft das auf dem pc wie geschnitten butter die geschnitten brot sagt man ja ja gibt es momentan 25 25 prozent rabatt drauf anstatt 29 99 für 22 49 ja das müsste halt wissen ob er das probieren wollte da wenn ihr euch nicht sicher seid ihr habt ihr zwei stunden zeit das game zurück zu geben ihr könnt auch das ausschalten was mir zumindest wichtig war was wenn wir mal hier auf dem bild gucken zum beispiel kannst du das ausstellen weil sonst wenn jetzt du geschossen das muss ja gleich wieder nachladen und das wird jedes mal punktuell angezeigt das hat man dir angezeigt wie viel munition noch drin ist ich will sowas im vr nicht ich will das realistisch und das kannst du auch alles alles ausstellen also wirklich dass du weißt wo die waffe ziehen muss und auch wenn es zielst du die kugeln wie viele magazin hast ist ja in wirklichkeit auch so da ist ja auch keine anzeige überall dran wie viel patronen du noch drin hast das gefällt mir wiederum besser was mir gar nicht gefallen hat ich weiß es nicht ob es mittlerweile gefixt worden ist und zwar drucken drucken ist für mich im vr physisch ich will das physisch machen also ich will nicht mit ob drücken und drucken kann gerne eingebaut werden aber ich will das selber machen dafür spiele ich frau ich will mich selber drucken ich will mich selber hinlegen sowas möchte ich auf jeden fall und das hat mir da ganz und gar nicht gefallen dass der schleichmodus haben sich selber gedruckt hat nicht erkannt worden ist also erst wenn du den knopf gedruckt das war sich ziemlich ziemlich schade fand weil für mich geht dann die emotion ein bisschen flöten wenn ich mich nicht selber drucken kann ja für unsere anime fans ohne uns gar ganz zwei habe ich auf euch schon mal gespielt ja kleine mädchen fliegen auf euch und ihr müsst die mit herzchen erobern sehr abgedrehtes spiel was grafisch sehr sehr gut aussieht muss ich sagen echt was komisches ist ich liebe ja solche verrückten sachen kennt mich ja ich probiere sowas gerne aus ja ist ein richtig erfolgreiches franchise das glaubt man hier also im flat ist es richtig erfolgreich und wie sieht das ja schon wieder ganz anders aus momentan 40 prozent rabatt anstatt 29 94 17 99 und was ganz wichtig ist ihr müsst dieses bundle kaufen hier schaut mal hier steht nämlich wie arbeit wenn ihr nur gar gerne zwei kauft ist da wie arm oder sich dabei also ihr müsst für 20 79 da ist nämlich vr dsi dann nämlich extra kohle dafür ja da habt ihr dann vr mit drin so kann es andere spiele auch man habe ich echt nichts dagegen wenn die sagen geil wir bringen den vr version raus wenn es geile spiel ist für 23 euro wie adsi habe ich echt nichts dagegen also muss nur daran denken dass es hier mit dabei ist heute habe ich noch gar nicht gesagt für welche brillen das funktioniert da fangen wir jetzt einfach mal hier an ich bin echt nicht mehr drinnen leute geht für die web index für die uglos rift und natürlich auch für eine primix hat super funktioniert können dann sitzen spiel sitzend spielen und im stehen spielen wie es euch genehm ist oberfläche ton in deutsch nicht unterstützt also oberfläche englisch und dort ton ist immer japanisch kennen wir ja bei der anime games ja für die simulation fans unter euch gibt es mal den bus drive simulator im angebot ist 2019 schon erschienen kriegt er momentan 85 prozent rabatt drauf anstatt 24,99 für 374 da kann man es auf jeden fall mitnehmen damals war es noch nicht so geil gewesen ich habe aber ehrlicherweise ewig nicht mehr reingeschaut ich wüsste nicht ob es mittlerweile besser funktioniert aber für 3,74 kann man sich auf jeden fall mal anschauen geht für die uglos rift hat auch jetzt steht nur rifter ging auch bei der primax ohne probleme oder habe ich das mit dem live gespielt ich weiß das gar nicht mehr schon zu lange her oberfläche ton natürlich auch deutsch kein problem mittlerweile gibt es auch ja könnt ihr euch alle die es dies kaufen alle für 44 cent ist vollkommen ok muss ich sagen ja ich muss sagen mal wieder reingucken was drive simulator weil kürzlich ist es größtenteils positiv also scheint sich ja langsam etwas getan zu haben weil damals sah das alles noch so ein bisschen kritisch aus und auch die autos waren komisch irgendwie weil meist auf den bildern sieht es geil aus aber war es dann nicht so der bringer also für 374 einfach mal ausprobieren wie es läuft und schreibt es mal in die kommentare wenn du es habt ja wir haben noch mal ein anime visual novel vr experience spiel und zwar alttoys beyond chronos ein hammermäßiges sci-fi adventure natürlich ihr müsst wissen ist eine visual novel das heißt sehr 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 viel story und gerät aber ihr kämpft so ich sag mal in power ranger manier in riesigen roboter und da fängt das geil an also einerseits steuert er den roboter so ein bisschen die arme und andererseits die musik ist der absolute bürger in den game also die musik die haben mir die gänsehaut verpasst die hat so geil reingepasst habe ich geliebt habe ich wirklich geliebt die musik da drin das spiel kriegte momentan für anstatt für 24 9 94 18 74 25 prozent rabatt gibt es auf das game geht für die wahl index für die wahl für die windows mix reality und natürlich auch für die climax untertitel sind in deutsch verfügbar auton entweder englisch oder japanisch mark auf japanisch sehr sehr geiles spiel hat mir sehr sehr gut gefallen ihr müsst natürlich offen sein für viel viel story gerät gerade wenn es englisch ist und hoch und du liest ja die untertitel ist immer ein bisschen blöd aber sehr gut gemacht also grafik her war es auch dort die musik die hat mich echt rausgehauen ist die war mega mega gut gewesen ja irgendwie wieder was na gut einem mäßig ist es nicht es ist halt eine kurze hohe experience für leute die oder so für eure freunde wenn er die mal einladen probiert mal wieder aus lasst den einfach mal das spiel spielen zwar weit der wierte courage test ist so ein kleiner klassenraum wo ihr halt verschiedene dinge sammeln ist aber dann kommt so mädchen die decke runter oder steht hinter dir also ich habe es damals im live stream angespielt ging ja wirklich nicht lange aber jumpscares waren echt gut gewesen muss ich sagen sag grafisch auch ganz lecker aus gibt es momentan 33 prozent rabatt anstatt 399 für 267 kann man es auf jeden fall mitnehmen wenn eure freunde mal richtig ärgern wollt zeigt ihnen das game steht auch wir als jetzt nur die weif da mit der palmix hat es auch funktioniert wie es mit anderen headsets ist kann ich euch leider nicht sagen könnt ihr nur ausprobieren und ja gut 267 tun auch nicht weh gibt auch nur englischen ober englische oberfläche kein deutsch unterstützt ist auch 2020 erschienen ich habe schon damals für 399 geholt ich wollte es euch mal zeigen ich habe euch gedacht geil für live stream echt was lang ist aber es ging ja nicht länger wie ich sag mal wenn du stirbst fängst wieder an sind so zehn minuten weißt du und dann fängst du wieder von vorne an aber für zwischendurch mal ein bisschen horror geht immer ja und dann haben wir noch reite eye of atlantis das fällt mir gerade so ein das wollte ich ja schon vor ewigkeiten mal leisten weiter spielen jetzt fällt es mir wieder ein werde ich auf jeden fall mal machen hat mir sehr sehr gut gefallen der anfang ist ein schönes rätselspiel man ist es überhaupt erschienen 27 januar leute die zeit verfliegt das ist der absolute wahnsinn und zwar gespielt momentan 30 prozent rabatt anstatt 16 79 für 11 75 geht für die wive index für die wive und für die oculus rift ja jetzt will ich kurz was es dagegen du bist durch ein portal gegangen und dann warst du in so einer ägyptischen welt und da ging es mit dem puzzle schon los habe ich aber irgendwas nicht gefunden das weiß ich heute noch da habe ich irgendwas nicht gefunden das ist immer gar nicht so einfach es wird aber hoch gelobt ja ist eins wieder deutsch habt ihr nur untertitel ton englisch oberfläche englisch wie es halt zu 90 prozent in der wii branche ist es ist nun mal so dass es meiste englisch ist gerade so story games ist immer sehr schwierig wenn die nicht in deutsch sind und hast halt nur untertitel grafisch sah das game echt gut aus kann man echt nicht meckern wir können hier nochmal kurz reinschauen da kann ich nämlich vielleicht noch mal was erzählen hier weil da gab es genau das hier habe ich gemacht da muss nämlich so ein ding öffnen und da habe ich den schlüssel davon gesucht genau das war der ziemliche anfang davon ihr seht schon da gibt es einige rätsel da war ich echt zu blöd dafür deswegen gespielt so was immer live da können wir tipps geben oder viele leute gerne alleine rätseln ride the eye of atlantis ja und zum schluss haben wir bloggen plus das habe ich ja letztens erst gezeigt in dem video ist mal was für die kleinen ja die das spielen können das sind fische monster die euch angreifen und das griff zerstören wollen und ihr müsst hier retten weil die lassen müll fallen und dafür habt eure blubkins die dem müll aufsammeln und es werden immer mehr hier das sind die blubkins hier oben die kleinen und dienen gleichzeitig als munition und ihr könnt dann auch häuschen bauen kanonen bauen also ein wave shooter mit rts elementen also ein hybrid kann man sagen ist ganz niedlich gemacht grafisch sehr comic heft sieht auch ganz gut aus und ja es können auch mal kinder spielen das ex echt nichts brutales dran ihr könnt auch eine demo runterladen was ihr euch noch nicht kaufen wollte um zu probieren gibt es momentan 25 prozent rabatt drauf anstatt 12 49 für 9 euro 36 gilt für die index für die wife für die rift um für die rift dk2 sogar noch ja und englisch oberfläche und ton deutsch leider nicht unterstützt ist auch erst im august jetzt rausgekommen ich fand es gar nicht so schlecht ist es mal was anderes man kann da auch noch ein bisschen was lernen auch als erwachsener ja leute das war's erste mal wieder für die karriere 39 ich hoffe es gefällt euch mal wieder dass ich mal wieder so ein video gemacht habe versuche ich jetzt wieder regelmäßig zu bringen für euch lasst mir gerne doch ein daumen und abo da und wir sehen uns morgen zum live stream schön gruse mit horror freut euch drauf 19 uhr geht es los wenn das spiel freigeschaltet wird ich hoffe es wird um 19 uhr freigeschaltet könnt ihr euch darauf freuen also glocke aktivieren und dann sehen wir uns morgen macht's gut haut rein ciao